Und diesmal war es jetzt so, hat der Fahrer reagiert, hat richtig reagiert, stark genug gebremst, hervorragend, ist noch viel besser, als wenn wir eingreifen müssen, der Fahrer hat richtig reagiert, das ist unser Nebstahl. Wir nutzen die Systeme, um die Fahrer auflangsam zu machen, wie wir sehen, zufrieden das Fahrer. Das heißt, jeder Fahrzeug sieht es und möchte sich dann auch auflangsam machen. Vielleicht noch einen genauer Blick zu machen. Das ist eigentlich in diesem Vortil-Assistent. Wir haben, wenn wir an Fahrzeuge vorbeifahren, immer ein Fahrzeug in unheimlichem Tote-Rinkel, weil sie sich einfach von der Kiste hinfügt, der auszuspiegelt. Und grundsätzlich ist das erstmal nicht schlimm, wenn sie auch von der Autos vorbeifahren, haben sie die immer drin, brauchen sie auch keine Warnung, weil dir nichts passiert. Und nur erst, wenn sie dann trotz dieses Fahrzeug im Tote-Rinkel den Spurwechsel planen, den sie uns indizieren, mit dem sie blinken, dann wissen wir, jetzt wollen sie einen Spurwechsel machen, obwohl wir eine gefährliche Situation erkannt haben, dann gehen wir ihnen um den Autos vor.